Den Mädchen Mut und Kraft geben, das ist das Ziel der Power Girls. Ehrlicherweise ist aus Bildungssicht das Wesentliche und Wichtige, dass wir die Talente der jungen Menschen identifizieren und dann auch fördern. Und da haben wir oft blinde Flecken, wenn wir an Mädchen und MINT-Bereich denken. Und daher ist es ganz besonders wichtig, schon im Kindergarten, aber dann auch in der Schule darauf hinzuschauen und sie mit diesen Themen vertraut zu machen und sie dafür auch zu begeistern. Im Idealfall gehen sie nachher natürlich dann in eine technische Ausbildung und in einen technischen Beruf, aber es geht um Selbstermächtigung, um Talentidentifikation und vor allem dafür, dass wir die jungen Menschen gut begleiten und unterstützen. Seit 19 Jahren wird das Projekt sehr effektiv umgesetzt. Mädchen lernen die sogenannten MINT-Berufe kennen. Gleichzeitig wird auch eine positive Wahrnehmung und mehr Bewusstsein für diese Berufsfelder geschaffen. Das Projekt war von Anfang an besonders und es wird immer wertiger und leider auch, muss man sagen, auch im fast zwanzigsten Jahr immer wesentlicher und wichtiger. Es gibt noch zu wenig Power Girls, vor allem in der Wirtschaft, in den Betrieben draußen und wir wollen seit 19 Jahren unseren Beitrag leisten, zu motivieren, zu informieren und die Mädchen wirklich aufmuntern und animieren, sich selbst etwas zuzutrauen und einen Beitrag später zu leisten. Diesmal haben bis zu 15 Schulen am Projekt teilgenommen. Die Mädchen machen praktische Übungen und besuchen Betriebe. Außerdem lernen sie in Workshops selbstbewusst und teamfähig zu sein. Also, dass wir in verschiedene Firmen gefahren sind und auch ganz viele technische Berufe probiert haben, weil so könnte ich mir jetzt auch vorstellen, dass ich später mal irgendwas mit Robotertechnologie zum Beispiel machen kann. Besonders gut gefallen hat mir das Geocaching, weil man hat einfach durch Frauen erfahren müssen und der Mann, ich glaube der hat Christian geheißen, der hat uns das auch sehr gut erklärt und das hat richtig viel Spaß gemacht. Auch die Ergebnisse der Online-Befragung zeigen deutlich, wie das Projekt die Klarheit über die Berufswahl und das Selbstvertrauen in neue Fähigkeiten sich hebt. Bis zu 94 Prozent der Mädchen empfehlen das Projekt weiter. Also auch wenn ihr schon einen Beruf habt, probiert ihr es trotzdem andere Sachen noch aus, weil vielleicht fallen euch ja andere technische Sachen auch noch und man braucht ja immer Frauen, wie ich erklärt in technischen Berufen, weil es nicht so viel gibt und lasst euch von keinem abhalten. Also ich würde sagen, probiert es mal aus, wenn ihr es im technischen Beruf was machen wollt und auch wenn ihr es noch nicht so gute Erfahrungen habt, macht ihr es. Probiert alle Jobs, die euch gefallen aus und lasst euch nichts einreden von anderen Leuten. So, wenn wer sagt, ist das wirklich was für dich oder ich glaube nicht, dass es gut für dich ist, aber denk über dein eigenes Bauchgefühl nach und lass dir nichts einreden. In den letzten 19 Jahren haben sich bis zu 3000 Mädchen und über 100 Unternehmen an diesem Projekt beteiligt. Die Mädchen, die sich dafür entscheiden, wirklich auch in die Technik zu gehen, die sind alle sehr erfolgreich und denen macht es auch Spaß, die haben wirklich tolle Karrieren vor sich. Jedes Jahr wird das Projekt mit einer Feier abgeschlossen. Diesmal wurden auch die Lehrerinnen und Lehrer, die einen wichtigen Beitrag dazu leisten, geehrt. Zusätzlich wurde auch die Power der Girls im Tower gezeigt.